Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Endlich mal wieder ein neues Video, aber auch gleichzeitig das letzte Video hier auf dem Kanal. Denn ich mache seit drei Monaten eigentlich schon wieder Videos, allerdings alles auf meinem Hauptkanal. Auch Lego-Videos, ja. Und mich hat jetzt ein Kumpel drauf hingewiesen, der eigentlich nur diesen Kanal abonniert hat, den Toys-Kanal. Und meine Willen, das hat keine Videos mehr, guckte ich doch doch, ich mache doch seit drei Monaten wieder Videos, wie. Ja, und da ist mir aufgefallen, dass, bzw. er hat dann auch gesagt, ja, vielleicht sollte ich das auch mal auf dem Toys-Kanal publik machen, dass es wieder Videos gibt, allerdings eben halt auf dem Hauptkanal. Ja, deswegen, der Kanal ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Hier auf dem Kanal wird es außer diesem Video hier jetzt nichts weitergeben. Und ich zeige euch hier trotzdem, was Lego-bezogen ist, und zwar das Lego Star Wars Supermacht Pack. Ja, vom Blue Ocean Verlag her. Das sind zwei von vier Lego Magazinen, hier unten sieht man die, mit zwei von sechs Extras. Und ich frage, wie das gehen soll, weil irgendwie in dieser Wundertüte befinden sich zwei zufällig ausgewählte Magazine, sowie die dazugehörigen Lego Spielsets aus den Lego Star Wars Magazinen. 34, 40, 55, 59. Ja, okay, also wieso zwei von sechs Extras, das verstehe ich halt nicht. Wenn es zwei von vier Magazinen sind, sind es die zugehörigen. Das heißt aber eigentlich, hä? Oder ist das, ist, ist irgendwie, war, ich weiß nicht mehr, war der Snow Trooper zusammen mit dem Snow Speeder in einem Pack drin, kann das sein? Aber dann, hä, aber das ist, nee, der gibt irgendwo kein, naja, wir gucken mal rein. Auf jeden Fall 4,99 ist der Preis. Normalerweise ein Heft, glaube ich, vier oder fünf, ich glaube, damals haben die noch vier gekostet, also 3,99 eins. Und jetzt halt zwei für fünf Euro und das ist, wenn man vielleicht sogar eine Minifigur hat, eigentlich ein ganz guter Preis. Und ich dachte mir, so, mal gucken, was da so drin ist. Rückseite sieht ganz genauso aus. Und dann schauen wir doch mal gemeinsam hinein. Es könnten sogar limitierte Karten mit dabei sein. Je nachdem, ob die auch, zumindest sind die abgebildet auf den Magazinen, die möglich wären. Ich hoffe ja, dass mindestens eine Figur drin ist, aber bei meinem Gesicht sind es bestimmt zwei Magazine mit Spielsets. Hier mit, wahrscheinlich genau die hier, der Snowspeeder und der Druidica. Vielleicht haben wir Glück, aber wir haben einen Bug Skywood, auch der mit Finn und einen Snowtrooper, mal gucken. Also, wir haben hier, fangen wir mit dem einen Magazin an. Es ist, uh, es ist Finn. Wir haben Ausgabe Nummer 34 hier, mit extra Minifigur Finn mit Mega Blaster. Ausgabe Nummer 34, ja, sehr, sehr nice. Guck eine an. Hier mit einem First Order, der Heavy Assault Walker. Das wird jetzt passen, wo jetzt der AT-AT aus Lego rauskommt. Sehr nice. Und dann haben wir hier noch, oh, 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 oh. Man sieht es schon, es ist mit einer limitierten Karte. Und zwar Imperator Palpatine. Und, oh, wie geil, wir haben zwei Figuren. Wie geil ist das denn? Zwei Figuren zum Preis von 5 Euro. Normalerweise hätten die beiden Magazine jeweils, da oben sieht man es, 3,99 gekostet. Hier haben wir Ausgabe Nummer 59, mit der Elite Praetorian Guard aus Episode 8 und einer limitierten Karte zum Lego Star Wars Sammelkartenspiel oder nur Sammelkartenserie. Ja, Sammelkartenserie. Da nichts dabei steht, vermute ich, das ist Serie 1, oder? Sonst würde hier, glaube ich, was von Serie 2 dabei stehen. Na, wir gucken mal. Wir gucken mal. So, das kommt auch weg. Und dann haben wir hier die Limi. Wir machen sie mal ab. Ich weiß es auch nicht auswendig, ist 2019. Doch, 2019 müsste schon Serie 2 sein, oder? Oder kam Serie 2 erst letztes Jahr? Nee, nee, Serie 2 ist schon länger. Also Serie 2 kam. Kam 2019, müsste das sein. Wir gucken mal, müsste ja auch Werbung drin sein dann. Gut, hier haben wir erstmal wieder Comic, Comic, Comic. Werbung für den Disney Channel. Comic, Comic, immer noch Comic. Dann Poster, Poster. Dann haben wir hier die Microfighter. Spiele, Spiele, Spiele. Dann haben wir hier den Kylo Ren's Shuttle. Dann die Praetorian Guard. Noch mal ein kleines Comic. Noch mal Comic. Ach, komm schon. Dann haben wir die Praetorian Guards. Gewinnspiel. Das ist echt keine Werbung für das Card Game drin. Das ist ja witzig. Okay, also ich vermute mal, es ist zu Serie 2. Ihr könnt mir das aber gerne mal schreiben, wenn ihr wisst. Also ich gucke das auf jeden Fall nochmal nach. Aber ihr könnt mir gerne die Kommentare schreiben. Das ist falsch, das ist definitiv Serie 1. Oder vielleicht, jo, passt recht, das ist Serie 2. Also mein Tipp wäre auf jeden Fall jetzt Serie 2. Und gucken, was ihr da so meint. Gut, also Heft 59 und Heft 34. Jeweils mit einer Minifigur. Was ich echt mega geil finde. Ich hatte echt die Befürchtung, es ist ein Dings drin. Es ist ein Buildable Set drin. Also ein Snowspeeder oder so. Ja, und das finde ich natürlich echt geil. Minifiguren gehen immer so. Dann machen wir die Minifiguren, bauen wir natürlich auch noch zusammen. Ist ja klar. Also machen wir das Ganze hier auf. Na komm schon. So, da hätten wir einmal Film. Wir werden nicht viele Teile. Im Endeffekt müssen es vier Teile sein. Ne, Quatsch, fünf. Die Waffe ja noch. Also vier Teile die Figur. Dann machen wir ihn nochmal gucken. So ein bisschen grinsend. Grinsen ist übertrieben. Lachend, lächelnd. Einmal Finn. Der kriegt hier so eine Blaster Rifle hat er sogar dabei. So ein Blaster Gewehr ist das. Einmal Finn. Und dann haben wir noch die Praetorian Guard. Die Elite Praetorian Guard. Und der hat ein bisschen mehr an... Ach, kommt schon. Ein bisschen mehr an Zubehör. Weil... Ja, allein ja auch die Waffe sich aus zwei Teilen zusammensetzt. So. Und er hat ja auch noch dann hier die Schulterpolster, sag ich mal. Das ist schon ein bisschen mehr jetzt, wie gesagt. Oberkörper auf die Beine, an die Schulterpolster. Dann der komplett rote Kopf. Einfarbiger Kopf, weil kein Gesicht drunter zu sehen. Dann der... Ups, vielleicht hat er drum. Der Helm auf. So. Das ist die Praetorian Guard. Die besteht eigentlich nur aus fünf Teilen. Dann haben wir die Waffe noch. Und die Waffe selbst besteht auch nochmal aus zwei Teilen. Nämlich einmal so einem Lichtschwertgriff in Rot. Und dann hier so einen Speer, sag ich mal. In der Art. So. Ambrustbolzen oder so. Und das ist dann seine Waffe. Und damit ist auch der... Elipraetorian Guard fertig. Sehr schön. Also, zwei Minifiguren für 4,99 plus eine limitierte Karte. Das ist doch in Ordnung, finde ich. Ein guter Ausbeuter. Ja. Genau. War es im Endeffekt auch schon mit dem Video. Wie gesagt, letztes Video. Schaut auf dem Hauptkanal Lengly 1013 vorbei. Da gibt es regelmäßig Videos. Und zwar im Moment ist der Uploadplan so, dass ich... Samstags kommen immer Lego-Videos. Sonntags kommen Videospiel-Retro-Zeugs. Und mittwochs kommen Kart-Games. Also Sammelkarten und so. Hauptsächlich Fußball, Wrestling oder sowas. Lego-Sammelkarten werde ich wahrscheinlich mit Samstags zu Lego dazu packen. Genau. Und gut, bei Sammelkarten nur, solange es halt auch Sachen gibt, die ich präsentieren kann. Ansonsten wird da mittwochs pausiert. Aber ich versuche zumindest samstags und sonntags immer Lego- und Videospiel- oder Retro-Videos hochzuladen. Schaut auf jeden Fall rein. Und um als kleiner Anreiz für euch rüber zu schauen. Es ist heute... Ich leite das Video hier an einem Samstag hoch, wo also auf dem Hauptkanal ein Lego-Video kommt. Ja. Das heißt, heute gibt es auf dem Hauptkanal auch ein Video. Und in diesem Video, das drehe ich erst im Anschluss an dieses hier, werde ich diese Karte verlosen. Ja. Weil das Set habe ich vollständig. Und um euch hier noch einen kleinen Anreiz zu geben. Ja, wenn ihr nicht sowieso einfach nur rüber wollt, weil ihr die Videos halt sehen wollt. Was ich natürlich hoffe, was mir sehr viel bedeuten würde. Aber wenn ihr auch noch einen kleinen Anreiz braucht im neuen Video, das heute auf dem Lego-10-13-Hauptkanal geht und an den Start geht, könnt ihr diese Karte gewinnen. Mehr dazu werde ich schon beim Video sagen. Ich kann es euch hier nochmal verraten. Es wird vermutlich so sein, dass ihr den Kanal abonnieren müsst. Also den Hauptkanal natürlich. Der ist ja eh dann tot, sag ich mal. Also die Videos bleiben, aber es kommt nichts Neues. Kanal abonnieren, Daumen nach oben dalassen für das Video und einen Kommentar verfassen mit dem Hashtag Toys. Das ist quasi, um zu signalisieren, hey, ihr kommt von meinem anderen Kanal rüber. Das ist vielleicht eigentlich gar nicht schlecht. Vielleicht erwähne ich in dem Video gar nicht, wie ihr das gewinnen könnt. So quasi, dass es nur ein Gewinnspiel für die Leute ist, die von dem Kanal rüberkommen. Und das ist eigentlich keine schlechte Idee. Ja, das mache ich. Genau. Ja, also ihr könnt die gewinnen und schreibt einfach Toys in das Video auf dem Hauptkanal, was heute online geht. Und dann seid ihr im Lostop für die Karte. Das ist eine so gute Idee. Klar, sie als kleiner Anreiz für die Leute, die von meinem alten Kanal Toys at Langley 10-13 rüber auf den Hauptkanal wechseln. Genau. Ja, so machen wir das doch. Perfekt. Gut, dann hoffe ich euch auf dem Hauptkanal zu sehen, euch begrüßen zu dürfen dort. Und ja, dann danke ich euch fürs Einschalten und hoffe, wir sehen uns im Hauptkanal zu dem heutigen Video und zu den nächsten Videos, die da noch so kommen. Und bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.